Kann Cardano in Zukunft die 100$-Mark überwinden und wo steht Cardano eigentlich jetzt? Wir haben schon länger nicht mehr über dieses Thema gesprochen, deswegen solltest du unbedingt heute bis zum Ende des Videos dabei bleiben, um alle wichtigen Informationen aufzusaugen. Ach übrigens, in meiner Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Partner Bitwavo. Darüber bekommst du einen 10€ Willkommensbonus, mit dem du sofort deine Lieblingskryptowährungen kaufen kannst und die ersten 10.000€ in Fiat oder Krypto kannst du ohne Gebühren handeln. Ich persönlich benutze Bitwavo, weil es für mich eine seriöse und regulierte Börse ist und über 190 Kryptowährungen anbietet. Zusätzlich kannst du dort Staking und kostenlose Steuerreports nutzen. Also viel Spaß mit deinen 10€. Kurz Werbung in eigener Sache, über den angepinnten Kommentar unten in der Kommentarsektion findest du den Stream Highlights Kanal, den kannst du direkt gerne abonnieren. Dort findest du, wenn du einen Stream mit mir und Monetendale verpasst haben solltest, sehr spannende Ausschnitte und wie gesagt, gibt es da jetzt gerade täglich Upload. Von daher viel Spaß auf diesem Kanal. Und damit starten wir direkt in das Thema. Wir haben schon seit einigen Wochen nicht mehr über Cardano gesprochen und deswegen dachte ich mir, es wäre absolut an der Zeit, mal wieder über die aktuellen Informationen in Bezug auf Cardano zu sprechen. Und am Ende werden wir uns auch noch diese Preisprognose von einem größeren Influencer ansehen. Das ist nicht meine eigene Meinung, dass Cardano in Zukunft 100 Dollar erreichen kann. Und wir sehen uns auch die mögliche Begründung an, also wie realistisch dieses Preistil tatsächlich ist. Doch bevor wir das tun, werden wir uns erst einmal die wichtigsten Veränderungen mit angucken. Unter anderem ist es so, dass am 30. Juli das sogenannte Mithril-Upgrade rausgebracht worden ist. Und das ist schon eine ziemlich spannende Möglichkeit gewesen, das eigene Netzwerk etwas voranzubringen. Das Hauptziel besteht nämlich darin, den Synchronisierungsprozess von Knoten innerhalb der Blockchain zu transformieren. Und darüber hinaus ermöglicht es Benutzern den Zugriff auf den aktuellen Blockchain-Status, ohne dass die vollständigen historischen Daten abgerufen werden müssen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich positive Sache. Das bedeutet also, dass wir gerade auf der Seite der Entwickler einiges an Fortschritte gesehen haben, auch wenn das preislich so gut wie keine Auswirkungen hatte. Und das wird vor allem dann sichtbar, wenn wir einige On-Chain-Daten hinzuziehen. Denn aktuell ist es zum Beispiel so, dass wir zwar mitbekommen, dass der TVL im Cardano-Umfeld kontinuierlich ansteigt. Jedenfalls seit 2023 wieder. Wir sind mittlerweile bei einem Wert von 226 Millionen US-Sollar. Doch wir haben leider das große Problem, dass Cardano preistechnisch sich kaum bewegt. Und der Anstieg des TVLs ist vor allem eben auch damit verbunden, dass wir gerade zwei Stablecoins gesehen haben, die gelauncht worden sind. Zum einen im November 2022 und dann etwas später hier nochmal ungefähr im Februar 2023. Und seitdem ist eben auch gut erkennbar, dass der TVL-Wert kontinuierlich angestiegen ist. Und das liegt eben vor allem an den Stablecoins, die dort rausgekommen sind. So konnten Investoren natürlich viel, viel einfacher eben auch Kapital zwischenspeichern quasi oder absichern in Anführungsstrichen. Und genau dafür wurde das auch genutzt. Ansonsten gibt es noch einige spannende On-Chain-Daten, die durchaus positiv aussehen. Aber auch hier gibt es leider keine wirklichen Einflüsse auf den Preis selber. Wir sehen nämlich hier zum Beispiel in lila eingezeichnet, dass die Aktivität der Entwickler immer stetiger ansteigt. Das ist immer mal wieder so und bedeutet natürlich ganz klar, dass im Hintergrund sehr, sehr viel entwickelt wird. Wir sehen auf der anderen Seite aber leider Gottes eben auch immer weniger aktive Adressen. Auch das Volumen selber schwindet kontinuierlich. Hier gibt es natürlich immer mal wieder einen kleinen Peak, einen kleinen Ausbruch. Aber auch das ist eher ein Trend, der alles andere als gut und positiv aussieht. Die Aktivität ist also schon ziemlich gering. Und genau das ist eben auch das, was wir seit einiger Zeit sehen. Der Preis von Cardano ist wirklich seit 2021 kontinuierlich gefallen von über 2 Dollar. Mittlerweile auf knapp 30 Cent pro Coin. Und das ist ein Trend, der sich sehr wahrscheinlich erst einmal fortsetzen wird. Das ist meine persönliche Sichtweise. Wenn man natürlich an Cardano und an die Entwicklung und so weiter glaubt, die durchaus da ist, denn es werden immer neue Anwendungen im DeFi-Sektor zum Beispiel gelauncht. Und es gibt eben auch mehr Liquidität, die in den Markt grundsätzlich fließt. Dann kann man natürlich die Perspektive haben, dass wir einen günstigen Einstieg bei Cardano haben. Aber es gibt natürlich auch viele, und das verstehe ich natürlich auch, die sagen, naja, das wird vielleicht ein Coin sein, der es in Zukunft nicht mehr hinbekommt, dann am Ende wirklich Aufwind zu bekommen und der im besten Fall natürlich auch die alten Höchstwerte von über 2,50 Dollar wieder überwinden kann. Und um das hinzukommen, brauchen wir natürlich extrem viel Utility. Und Utility alleine hilft natürlich nicht, denn wir brauchen nicht nur Utility, sondern eben auch User, die letztendlich diese Utility nutzen können. Also nicht nur die Anwendungsfälle, weil Probleme gelöst werden, sondern diese Probleme müssen dann auch wirklich gelöst werden. Und nur so kann Cardano langfristig bestehen und natürlich auch preistechnisch einiges an Bewegung hinlegen. Und natürlich stellst du dir jetzt die Frage, was dann ein realistisches Ziel für Cardano ist. Und das ist natürlich schwer zu sagen, denn wir wissen einfach nicht, wie letztendlich die Korrelation gerade in einem Bullrun dann eben aussieht zwischen Cardano und anderen Werten. Ob es am Ende dann tatsächlich eben auch Altcoiner gibt, die sich dazu entscheiden, in Cardano eben Geld zu investieren. Das wird sich dann erst mit der Zeit herausstellen. Ich persönlich zum Beispiel besitze, stand jetzt, nur noch sehr, sehr wenige ADA-Bestände. Bin also gerade nicht wirklich davon überzeugt, dass das eine sinnvolle Investition ist. Das muss jeder aber natürlich für sich selber entscheiden. Und wenn wir uns zum Beispiel eben auch die Daten von BitBoy angucken, dann sieht das nämlich ziemlich bullisch aus. Er stellt nämlich grundsätzlich die These auf, dass 100 US-Dollar durchaus möglich sind. Für mich persönlich ein astronomischer Wert, der hier kommuniziert wird. Und der ist auch ohne eine Veränderung der Dollar-Bewertung absolut unrealistisch. Und das hat er selber eben auch kommuniziert. Das heißt also, um so einen Wert bei Cardano zu sehen, müsste es seiner Auffassung nach eine Hyperinflation geben. Das wäre so der wichtigste Faktor, um Cardano tatsächlich auf die nächste Ebene nach oben zu pushen. Das wären Stand jetzt knapp 32.000% Preissteigerung, was immens sind. Und vor allem würde das darin resultieren, dass wir dann eine Market Cap von 3,5 Billionen US-Dollar sehen würden. Das wäre absolut verrückt und würde natürlich alles andere in den Schatten stellen. Wir müssen aber natürlich auch damit einkalkulieren, dass ja wirklich von einer Hyperinflation ausgegangen wird. Und dann wäre das vielleicht auch gar nicht mehr so unrealistisch. Aber dass wir nun eine so starke Dollar-Abwertung eben sehen, dass wir in eine Hyperinflation eben letztendlich schlittern. Und dass auf der anderen Seite dann die Preise von allen möglichen Kryptowährungen in die Höhe schießen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gewagte These. Und davon muss ich mich ehrlicherweise auch distanzieren. Trotzdem sind solche Sachen natürlich immer spannend einfach zu besprechen. Denn auch dafür gibt es natürlich eine grundlegende These, auch wenn ich davon persönlich nicht viel halte. Und auch diese Preisprognose sollte natürlich nicht eins zu eins übernommen werden. Und vor allem sollte sie dich nicht dazu bringen, nun also Cardano-Bestände aufzubauen. Viel eher ist es jetzt eben wichtig für dich nochmal zu eruieren, was Cardano eigentlich ist. An welchen Themen sie gerade arbeiten und ob sie deiner Ansicht nach tatsächlich das Potenzial haben, im kommenden Bullrun preistechnisch nochmal ordentlich durch die Decke zu gehen. Wenn wir uns nun den Einstiegspreis ansehen von ungefähr 30 Cent pro Stück, dann ist das durchaus ein sehr, sehr günstiger Preis. Ob es aber dann automatisch eben auch dazu führen wird, dass Cardano in Zukunft überproportional ansteigt, das steht in den Sternen. Mich würde aber diesbezüglich natürlich auch deine Meinung interessieren. Deswegen schreib sie unbedingt mal unten in die Kommentare, damit wir uns dazu austauschen können. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen haben sollte, dann lass unbedingt noch schnell einen Daumen nach oben da. Das würde mich extrem unterstützen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.